es geht weiter heute unsere wirkschaft mechaniker simulator und damit ein herzliches willkommen zurück hier mit diesem pick up der heute auf der liste steht was muss man da machen eine steuerkette neu eine wasserpumpenriebscheibe eine wasserpumpe neu und das dockenwellenrad neu das ist relativ viel das ist relativ easy eigentlich das ist alles für motorraum das kriegen wir schon irgendwie relativ gut nach hin jetzt brauche ich ja nicht mal den richter zu reden jetzt könnte ich jetzt auch nicht über das tablet machen wir haben in der letzten folge oder ziemlich in meiner letzten folge doch das tablet freigeschaltet und ja gehen wir also an die geschichte ran oder motor natürlich fakt ist dass wir heute ein bisschen passen müssen ich muss das auto mal angucken ich muss kurz kurz mit dem foto machen dass ich weiß was ich zu tun habe überhaupt heute wonach ich suchen muss das ist erstmal das wichtigste weil sonst ist das ein bisschen schwierig ist es sind nur papa sind ein bisschen auf kamera sind wahrscheinlich eher größtenteils nur basteln warte 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 geht sofort los gut weiter geht es also mit unserem kleinen pick up das dürfte zitrennen sein vermutlich vom modell her wissen genau das ist nicht so was muss ich jetzt keine also wasserpumpe hat besonders müsste es eigentlich jetzt sein genau die wasserpumpe hier das heißt wir fangen hier vorne an das dürfte eigentlich alles nur die 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 einheit hier vorne sein wer weiß es dürfte es eigentlich nicht sein ich damit möchte ich damit die kuppel hier ist die wasserpumpen riemen scheiben die wasserpumpe die habe ich schon gefunden steuerkette servopumpe ist es nicht steuerkette ach Gott äh gute frage nächste frage klar motorsteuerung etc aber kann ja nur hinten sein eigentlich steuerkohäuser decke vielleicht einfach mal rein ja die steuerkette wasserpumpe rollt die lockt das nockenwellenrad dann haben wir sogar schon komplett das die wasserpumpe haben wir die wasserpumpe haben wir das nockenwellenrad haben wir und die steuerkette haben wir gut das war es sogar schon kurz bestellen wir die teile eben kurz jetzt geht wasserpumpe haben wir mit der steuerkette wer ist es heute nicht steuerkette die steuerkette ist das ist die r6 die wasserpumpe riebenscheibe wasserpumpe riebenscheibe aber jetzt mal die wasserpumpe riebenscheibe aber jetzt mal die wasserpumpe riebenscheibe wo ist es denn ist es nur die ringscheibe irgendwas ja oder so dann haben wir die wasserpumpe r6b das nockenwellenrad noch schnell das nockenwellenrad ebenfalls eine r6b das war hier was falsches bestellen so teil bestellt hat er wieder zusammen gebastelt so gut so kommen wir wieder an das ist ein bisschen problematisch wenn ich nicht siehst aber es geht schon irgendwie der wasserpumpe b da noch können wir an der steuerkette drauf steuerkette drauf und dann sollte das auto schon fertig sein würde ich sagen jetzt waren ja nur vier teile guck mal den checken guck mal den check keine riebenscheibe oder ach da vorne natürlich keine riebenscheibe sein zu wollen so jetzt ist das dann ist es natürlich noch nicht weil da fällt auch der kühler da sehe ich wieder nicht den lüfter nichts aber das ist egal so jetzt haben wir sie und damit haben wir das auto fertig so next one das ging jetzt relativ zeitnah dann kann ich den auch drücken löschen so dann gucken wir mal weiter ich zeige ich zeige ich zeige ich zeige ich habe ja gut sind aber acht minuten gewesen also teuerlich können wir das machen wir gucken dass wir den auch die hebebüde setzen so fast er bewegen auf die erste hebebüde so kommt hier noch ein auftrag genommen dann nehmen wir ein mazler x3 haben wir mal ein bisschen mazler mal gucken wenn die relativ schnell geht können wir sogar tatsächlich mit zwei bis drei fahrzeugen so was haben wir denn hier eigentlich zu tun heute das ist nur bremszattel typ a und ein radbremszylinder das ist nichts wildes die frage ist von vorne oder von hinten geil so kurz weil das war in reihe hoch vorne oder hinten wo hast du deine problemchen mein freund ich sehe aber schon das vorliegen das ist scheinbar so problem ist ich frage was ist denn da ein neuer zylinder ich habe schon filter ich habe mich schon drinnen momentan teile ne habe ich nicht wo ich habe so eine kiste wahrscheinlich welche kampagne abgeschlossen habe cool kiste leider 2 einsammeln ich verkaufe das ist für das auto hier so gut wir müssen noch einen radbremszylinder suchen hier sieht es noch relativ gut aus bremskraftverstärker so suche den radbremszylinder ja haha es muss dann was mit der das kann aber auch mit dem hinterteil an der linkste seite zu tun haben die haben erledigt gut dann wissen wir das bescheid dann müssen wir da nehmen wir die mal raus ich weiß nicht es dürfte einer oder zwei sein ich weiß nicht ob es eine oder zwei sind ich werde zwei bestellen und hinten neu machen die andere aussieht der sieht noch gut aus das ist wahrscheinlich so der eine so gucken wir mal nach was wir brauchen also für das auto brauchen wir das war jetzt was falsches mache bremssattel typ a und die radbremszylinder bremssattel typ a und die radbremszylinder bremssattel typ a und die radbremszylinder dann wieder ein und schießt man das auto ab so packen rein das trommelt auch so das ist jetzt nur kurz dass der so wird es weiter kurze ich weiß nicht wie der andere der sonderstädt macht das andere noch macht so so gut dann das neue hier jetzt habe ich schon die typa sattel gut kurz auf die zeit gucken dann kann man eine viertel stunde dann können wir schon ein drittes auto mit rein in diese folge so ich gucke jetzt gerade mal drauf und dann ist das auto fertig 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 so ja es war eine willkommenen schädigung dass da jetzt ein bisschen stöße ein bisschen schweiß fertig ich was zu bewegen erste bühne weiter verdient jetzt hat er mehrere fahrzeuge nehmen wir den wolfster hier dauert jetzt einen kleinen moment bis der hier fertig ist genau so was hast du denn hier vorne nur eine kraftstoffpumpe okay das kriegen wir noch hin das ist kein problem zu finden die müsste eigentlich forderung sein motor äh moment kraftstoffpumpe kraftstoffpumpe da bist du ne das ist ein ölfilter kraftstoffpumpe kraftstoffpumpe anlasser warte mal kraftstoffpumpe kraftstoffpumpe okay ich halte ich halte übrigens mal eine klappe weil die kraftstoffpumpe ist nicht einfach zu finden jetzt auf Ani kassel filter ich habe das jetzt verwechselt mit kassel filter kaiser krümmel und kürt und dann zündkabelsatz verteiler kappe ok damit halte ich einfach die fresse ich habe nämlich jetzt gerade verwechselt einfach nur ich muss mich jetzt suchen ich muss jetzt suchen bist du vielleicht sogar im heck so wie gesagt wir sind noch ein bisschen dran wir haben noch ein bisschen zeit ich weiß also ich vermute dass es im motor ist aber ich weiß noch nicht wo kraftstoff tank karnewelle das ist wirklich im motor wo bist du kleiner süßer kraftstofffilter äh kraftstoffpumpe steuergehäuse lenkgetriebe anlasser wenn wir starb zum verteiler generator flammerohr steuergehäuse steuergehäuse das ist ja der scheiß kraftstoffpumpe aber was ist es Generator Stabby 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 Kraftstoff Puppe Wiederhaben Okay Das sind zwei verschiedene Das sind zwei verschiedene Servopumpe Jetzt aber nicht, dass das hier mit drin sitzt Irgendwo Ich nehme jetzt erstmal kurz den Kraftstofffilter raus Vielleicht ist da irgendwas dahinter, was ich wissen muss War wohl nix War wohl nix War wohl nix Ich nehme mal die Klammer raus Und nehme nochmal hier eine Klammer raus Da hängt es auch eine Ja Ist das vier insgesamt Und die drei sind es Luftfiltergehäuse Vergaser Jetzt aber bewusst nicht, dass das das Ding hier ist Ich nehme erstmal den Luftfilter raus Und dann in das Gehäuse ziehen Das ist das Ich nehme mal die Klammer raus Ich nehme mal die Klammer raus Ich nehme mal die Klammer raus Und dann in das Das ist das auch nicht Ja, ich hätte die Fresse halten sollen Steuerngehäuse Kairim Ich muss jetzt suchen jetzt gerade Ich muss wirklich jetzt suchen Ich muss jetzt gerne noch was ich nicht suchen oder mindestens so ein einfaches teil nach wie vor ist es die kraftwerpumpe so nehmen wir die wasserpumpe raus so warte mal, das ist der halter für die serverpumpe ich zieh mal den zytkabelsatz jetzt hier mal reite zu den kerzen gut, gefilter war es jetzt nicht jetzt wird es wie soll ich den zytkabelsatz in der kappe nicht ziehen die scheiß klammer an der hand hat es jetzt steuerkohäle, blinkrolle steuerkohäle raus steuerkohäle raus steuerkohäle raus oh, man sollte tatsächlich nicht die höheweine rausziehen erst wo könnte die sein wo könnte das scheiß ding sein es ist halt die kraftwerpumpe nein es ist nach wie vor die kraftwerpumpe wo sitzt sie das ist halt die große, große frage das wird relativ easy zu erledigen sein so jetzt habe ich gesagt, das ist ich vergesse das ja immer wieder, ne der kraftwerpumpe ich brauche einen anreiz ich weiß nicht wo es ist kraftwerpumpe kraftwerpumpe welche von den beiden das ist kraftwerpumpe 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 ich nehme mal das ding hier mit damit werde ich wieder eine kleine saurei machen kraftwerpumpe kraftwerpumpe die Haaren wird relativ, nur die der kraftwerpumpe 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 Ach nee, warte mal. Ich weiß, wie ich es gemacht habe. So, jetzt so. Das Ölwaren raus. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding sich befindet. Weg mit der Ölwaren erstmal. Flammenrohr. Ja, ich muss jetzt suchen. Das ist halt genau das Problem. Anlasser, weg damit. Happy Birthday. Ach ja, ich muss das Ding ja wegstellen. Geht richtig schön. So. 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 schweiß ersparen können jetzt muss ich die karre wieder runtersetzen ich habe die kaufschaffilter getauscht dann habe ich die karre gemacht jetzt muss ich die ganze möhre hier in der saison setzen aber egal, es ist gut es dauert hier, ich mache die autoszelle, die fahrkarre hier ich habe aber drei autos hingekriegt in der folge so, alles gut, machen wir erstmal den Ölfilter rein ich muss auch den Öl neu machen da war das kaufschaffilter rein Anlasser rein nein, Anlasser kann nicht rein, weil die ich muss die Hebel wieder ziehen oh, meine Fresse ja gut, ich hätte es mir denken können, mehr oder weniger ja ich hätte es mir fast denken können na super, ey so, die Kurbel, der Wankelrote wieder reinsetzen jetzt krieg ich den jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder von der Mutter rauchen und so nein, nein, nein nein, 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 nein pfff, machen wir mal wieder so, ähm also, wieder runter damit So, einer mit. Ich hätte mir die ganze Schoße sparen können. Alles ist gut. Wie gesagt, ich mache drei Autos heute fertig. Ich mache jetzt eine neue Folge für ein paar Minuten. Dann geht die Folge etwas länger. Wie gesagt, nochmal, ich bin kein Mechaniker. Wir sollten auch wissen, dass die Scheiße im Tank sitzt. Ich habe im Tank geguckt, ich habe nur nicht da oben reingeguckt. Das war einfach ein bisschen sehr versteckt. Ich sage mal, passiert jetzt und sehe das ja bitte ein bisschen nach. So, dann müssen wir hier noch schnell das Gegengewicht reinsetzen. Dann kommt hier noch die Steuerkette drauf. Dann kommt hier die Steuergehäuse drauf. So, das Ding drauf. Der Halter für die Umlenkrolle drauf. Dann kommt hier der Halter für die Servopuppe drauf. Die Servopuppe an sich kommt drauf. Der Zinnverteiler kommt drauf. Auf der Zinnverteiler kommt der Zinnverteiler Läufer drauf. Die Zinnverteiler Kappel kommt drauf. Die Klammer kommt dran. Da müssen wir noch weiter sein. Hier. Ich kann eine Chance, hätte ich mal sparen können. Ich hätte so viel Zeit sparen können. Ja, nochmal, wie gesagt, ich bin kein Mechaniker, ich bin Busfahrer. Ich kenne mich beim Busfahrersimulator deutlich besser aus als beim Automechanikersimulator. Aber gerade deswegen spiele ich das Ding auch sehr gerne, weil es mal was anderes ist. Und ja, natürlich spielen wir auch den Busfahrersimulator 22, wenn der immer kommt. Und dann ein Fermusimulator oder was auch immer. Es wird alles passieren. Also ich denke mal, dieser Slot wird hier alles größte Simulatoren sein. So, ähm, rein damit mit dem Zinnkabelsitz. So, dann haben wir nach hier hinten einen Anlasser rein. Vom Fahrwerk aus bis das Ding sein. Okay. So, nur 30 Minuten. Aber nochmal, wir haben drei Autos hingekriegt. Wir haben unter anderem ein Kampagnenfahrzeug hinbekommen. So. Öl rein. Über und runter. Anlasser. So, dann müsste man eigentlich alles haben. Teilen, oder? Nö. Hier vorne ist noch ein Kairim. Der fehlt. Was ich raten? Natürlich fehlt von Poto. So, hier noch der Kairim drauf. Da kommt noch eine Umlenkrolle. Die hat man nämlich auch noch einer. Ja. Der Lüfter. So, dann müsste ich das auch sein, dass das dann sein. Ach, ey. Eine Klammer fehlt. Gut. Ich will doch der Dings hier. Ja, hier fehlt sie. Moment, da fehlt noch einer. Hier fehlt sie noch. und ja es war einfach ich hätte doch am ende es war theoretisch sehr einfach zu finden wenn man es weiß aber für mich ist ein feld am motorraum und deswegen ist der mutter auseinander weil das ding kann auch übelst versteckt sein müssen wir dann noch das motor auffüllen so kurz gucken machen wir den motor reduzieren ein blub 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 motorhöhle rein und dann ist man durch heute das ist alles mehr haben wir nicht meine fresse gut telefon den neuen hier drauf der eine verschwindet werden auch immer wieder autos verlieren wir haben so nicht alle schafft so schnell will ich nicht mehr arbeiten gerade weil die solche thema ist gut ich mache mal hier feiern wir sehen uns in der nächsten folge wieder liebe leute und dann geht's weiter mit dem nächsten auto riesen kleinen rutscher ja was hat denn überhaupt zu tun habe er südro aggregat und die bremscheibe in belüftet alles klar das ist eigentlich dann wirklich relativ einfach zu machen das hast du hier noch als aufgabe luftfilter ölfilter kraftstofffilter gut jetzt weiß ich aber die kraftfilter sitzt und zwar im tank gut ach nee ist ja keine kraftstoffpumpe ist ja ein kraftstofffilter damit sitzt alles im motor die aufgaben die zwei autos kriegen wir mindestens in der nächsten folge gehen ja bis dahin tschüss nicht und Untertitelung des ZDF, 2020